Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Meine Karriere-Folge. Heute machen wir ein Match gegen Jey oder Jimmy Uso. Keine Ahnung, wer es ist. Äh, ein Objekt. Was, wie viel kriegen wir? 100. Nee. Jimmy Uso. Okay, eine Fede wird sich entwickeln. Hoffentlich eine gute Fede. Bitte, bitte, bitte eine gute Fede. Ne, ich mache jetzt nicht New Day nach. Keine Sorge. Passiert nicht. Ich bin jetzt mal gespannt. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, Mann, Mann, Mann. Jimmy Uso ist es. Jimmy Uso. Pointer. Da kommen wir erstmal rein in... Hololulu, Hawaii. Okay. Der V-Pointe-Taker. Ne, Haris? Er ist derjenige, der den Namen erfunden hat. Das will ich auch mal hier in dem Video sagen. Gut. Da kommt der V-Pointe-Taker. Wer kommt jetzt? Geil! Geil! Eine Fede mit Bray Wyatt bei Hell in the Cell. Geile Sache. Da bin ich am Start. Ist das geil. Wer da kann auf jeden Fall... So. Zack hier. So. Ich hoffe, da passiert auch irgendwas Intensives. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss ich an sich richtig geile Fäden kriegen. Also, beziehungsweise... Jetzt habe ich schon mal eine geile. Weil, ganz ehrlich... Bray Wyatt ist doch eine bessere Fäde als gegen Jack Swagger, oder? Ja, Leute. Bray Wyatt macht sein Statement. Er hat mich zweimal besiegt, muss man dazu sagen. Er hat mich zweimal schon besiegt. Einmal relativ lame, einmal relativ klar. Kann man sagen. Und, ja, das war eigentlich die Raw-Episode. Kann man sagen. Wir haben eine Fäde mit Bray Wyatt. Aber ich denke, wir werden noch ein Interview mit Renny Young haben. Jo, war ein gutes Match, oder? Willkommen zurück zum Show. Das ist mein Gast heute Abend. B-Pointer. Lass uns über Bray Wyatt reden. Okay. Wie fühlst du, dass du dich heute Abend am Abend, während deiner eigenen Match? Das ist nicht die erste Mal, dass ich das durchfühlen habe. Wenn er ein Match möchte, bin ich froh, dass ich mich verletzt bin. Wir machen das in der Runde, ein-on-one. Und sehen, wer ist der bessere Mann. Oder ist das weit über seine Analyse? Ja. 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 Er versucht, eine Krieg zu starten, die er nicht enden kann. Das ist gut. Ich bin auf der Herausforderung. Ich hoffe, er ist bereit für die Kampf in seinem Leben. Das ist nicht nur eine Rivalry für mich. Er steht zwischen mir und dem, was ich will. Und er wird es bald regretten. Da ist es. Zurück zu ihr, Leute. Ein klares Statement von B-Pointe. Es sieht sich komisch an, wenn ich sage von B-Pointe, weil das ja eigentlich ich bin. Und dann sage ich von B-Pointe. Das hört sich irgendwie ja merkwürdig an, aber naja, ist ja egal. So, wir haben eine Fede mit Bray Wyatt. Die Fede, wie sie in den nächsten Wochen ablaufen wird, bin ich mal gespannt. Und ja, wir haben auf jeden Fall eine neue Fede. Ganz cool. Freut mich auf jeden Fall. So. So, ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Und nein, Spaß. Natürlich mache ich noch ein Match. Oh, Daniel Bryan. Geil. Das machen wir natürlich bei SmackDown gegen Daniel Bryan. Mit Daniel Bryan verbinde ich auch was bei WWE 2K50 in meiner Karriere. Und zwar habe ich gegen ihn den World Heavyweight Title verloren. Nein, nicht den WWE World Heavyweight Title, sondern den World Heavyweight Title, also der alte Titel oder der alte World Title in der WWE. Habe ich an Daniel Bryan verloren. Und ich habe es auch nicht wieder zurückgewonnen. Also, ich konnte, also, er hat ihn auch verteidigt. Das konnte ich nicht gewinnen. Ja, das erinnere ich mich noch mit dem guten alten Daniel Bryan. So, was will der Authority im grünen Bein, im grünen Bein Zustand. Das kann ich schaffen. Lillian Gassier und der Arzt denken, was macht die Pointe da. So. Was macht Daniel Bryan? Ich hoffe, Daniel Bryan kommt auch bald wieder. Das wäre natürlich geil, weil Daniel Bryan ist ein richtig guter Wrestler. War ja auch, glaube ich, neun Jahre hintereinander der beste Wrestler der Welt oder so. Oh, das macht der clever. Aber nicht clever genug. So. Gut. So. Gut. Schade. Und. Sack. Der kommt schon raus. Und. Nein. Oh, geil gekontert. Das kann auch nur Daniel Bryan. So. Komm schon. Mein Kopf kann auch ruhig. Damagen. Ach, verdammt. Oh. Wir sind immer noch im grünen Zustand. Ah, komm. So früh brauchst du auch nicht. So. Jawoll. Gut gekontert. Stark. Zack. Und. Und. So. Das ich den drauf habe, das ist ja wohl klar. So. Und. Nein. So. Nein. Nee, das reicht noch. Ein Sick. Ach nee, er hatte kein Sick mit Schall. So spät. Nein. Sobald ich im Yes-Lock bin, habe ich verloren. Zack. Napbreaker. Nein. Uppercut. Und... Nein. Ach man. Daniel Bryan. Vorhört mich technisch gut heraus. Oh Gott. Nein. Och Gott. Richtig aggressiv einfach. Und... Zigzag. Boah, guter Move hier. Boah, ist das hier ein technischer Leckerbissen hier. Und... German Sublinks. Auf den Nacken von Daniel Bryan. Michael, ich muss dir sagen, Daniel Bryan does not fear anyone in that ring. So. Zack. Und, warte mal jetzt. Oh ja, schöner Ruf hier. Und... Zack. Right to the head. Right to the head. So. Jetzt muss wieder ein spektakulärer Move hin. Zack. Schöner Move hier. Ja. So, Bryan. Was sagst du nun? Komm, stimme auf. So. Und... Zack. Napbreaker. Äh, Quatsch. Die Niti... Bulldog. Labere ich da. So. So. Ja. Fear. Der D-Man. So. Zack. Noch ein Napbreaker hinterher. Nein, der kontert. So. D-Niti. Wieso kontert er jedes Mal? Nein! Yes! No! 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 Scheiße. Nee. Nein! Wieso verliere ich im Signature? Nein! Nein! Verdammt. Ach Gott, was für eine bittere Niederlage. Das war gar nicht so schlecht, das Match. Verdammt, Alter. Verdammt. Ach, gehört aber dazu. Können wir noch in das Match von Bray Wyatt eingreifen? Nö, er hatte überhaupt keinen Match. Oh, ist das bitter. Ist das bitter, ey. Oh, ist das bitter, ey. Äh, nee, das wollte ich nicht. Talente. Ähm. Natürlich mit den Kombo-Treffer. Ne. Das war der Finisher. Entschuldige, kurz. Äh. Spezial-Aktion, das brauche ich. Und das wäre geil. Drei Finishers. Spezial-Aktion. Ähm. Sprungbrett. Springer. Na, es gibt viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall, ja. Würde ich mal sagen. Sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.